ich bin im management einer größeren firma wir planen eine feindliche übernahme einer konkurrenzfirma in los angeles und ich soll hier ein bisschen die vorarbeit leisten eine feindliche übernahme das hört sich ja spannend an ja so war die firmenpolitik relativ langweilig ja mein mann hat auch immer solche sachen gemacht damals ich will gar nicht wissen was er immer alles zu tun hatte ständig unterwegs ich sag ihnen das ist nicht angenehm auch haben sie den frauen kindern ach na ja dann geht es ja doch dann ist man ja ungebunden nicht da ist ja keiner der auf einen zu hause wartet hat auch immer gesagt die ehe mit dir wäre wie eine feindliche übernahme gewesen also du wirst die feindliche übernahme gewesen bitte nichts mama dein vater kann froh sein dass er nicht gehabt hat ja mama